Guten Morgen. Guten Morgen. Ich such den Batzka. Haben Sie eine Ahnung, wo der ist? Ach, da waren Sie das wohl, der eben für ihn angerufen hat. Ja, ja. Er sollt hier auf mich warten. Hat gesagt, er müsste mal eben in den Stadtpark. Geh bald wieder. Aha. Also ich komm auf jeden Fall wieder vorbei. Er soll hier auf mich warten. In Ordnung.